so endlich habe ich es mal geschafft die carrera bahn zusammen zu bauen bzw ich hatte ja nur keine batterien da und das könnt ihr einfach mal sehen ja ist ja nichts großartiges ist einfach nur eine 8 er hat leuchte kontaktprobleme wir lassen einfach damit fahren das soll ja gar nicht so gucken wir mal seine kontakte er hat schon wieder kontaktprobleme das hat er das letzte mal aber nicht warum er möchte heute nicht ist nicht so schlimm wir können ihn ja mal entschieden sieben will einen auch nicht schade weiter geht's ich werde ihn in der zwischenzeit den hier mal angucken ja für die paar euro macht man da auf jeden fall nichts falsch ja aber der grüne ist eindeutig schneller wenn er mal läuft ok dann wollen wir das ultra aufregende video mal beenden würde ich sagen link ist wie immer unten drunter kriegt er immer mal für ein paar euro entweder bei amazon oder bei ebay oder bei real manchmal ihr könnt mir gerne einen kommentar oder ähnliches da lassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag wartet bis denn dann tschaui